Ich war einmal ein Mensch und wurde dann auf offener Straße niedergestochen. Das war allerdings nicht mein Ende. Stattdessen wurde ich in dieser Welt als Schleim wiedergeboren. Und ich habe eine Nation der Dämonen errichtet. Mein Name lautet Rimuru Tempest. Und ich bin ein Schleim. Wie konnte es nur so weit kommen? Verständnis ist nicht möglich. Was ist hier los? Zur Berichtung nicht möglich. Was hätte ich besser machen können? Zur Antwort nicht möglich. Was falsch ist, sich mit den Menschen einzulassen? Ich bin an allem schuld. Ich bin an allem schuld.